Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportwettenfreunde, zu einem neuen Video hier auf unseren YouTube-Kanälen Top-Wettscheine und Sportwetten-Lifestyle und wir gehen mal wieder rein in eine frische Analyse für das kommende Wochenende. Für den kommenden Sonntag um 15.30 Uhr, da steht nämlich das prestigeträchtige Rhein-Derby an in Köln zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach und dieses Spiel werden wir in diesem Video für euch kostenlos analysieren und euch natürlich auch wieder zwei Scheine mit an die Hand geben, die man, denke ich, gut nachspielen kann. Das zweite Thema in diesem Video ist, und das seht ihr unten rechts, und es ist fast unfassbar, 44,03% Rendite in der Premium-Gruppe in den letzten 15,5 Monaten. Wir haben nämlich eine frische Statistik für euch, was wir in den letzten 1,5 Jahren in dieser Gruppe so fabriziert haben und am Ende sind dort wirklich unglaubliche 44,03% Rendite rausgekommen. Wollt ihr mehr dazu erfahren, dann schaut euch dieses Video an. Viel Spaß! Bevor wir aber dann so richtig rein starten, wie immer die Auswertung aus den letzten Videos. Diejenigen, die schon lange bei uns dabei sind, wissen, es gibt von mir immer einen Tipp in jedem Video, in so gut wie jedem Video, wenn es um eine Analyse geht für das anstehende Wochenende. Und im letzten Video, und das ist tatsächlich schon ein bisschen her, da ging es eben um das EM-Qualifikationsspiel zwischen Irland und den Niederlanden. Und wir haben beim Buchmacher Bet3000 den Dreiweg getippt auf die Niederlande. Ich hatte das Ganze mit einer Analyse versehen und, wie wir sehen können, hat die Niederlande dieses Spiel gewonnen. Mittlerweile sieht natürlich die Tabellenkonstellation etwas anders aus. Wir befinden uns jetzt auch vier Wochen weiter. Frankreich ist mittlerweile durch für die EM in Deutschland im nächsten Jahr und die Niederlande wird sich höchstwahrscheinlich auch qualifizieren. Hat ja jetzt vor einigen Tagen das eminent wichtige Spiel, den Griechenland mit 1-0 gewinnen können. Können wir also wieder mal einen grünen Haken an unserem Tipp machen und jetzt hier die kleine Statistik von den Tipps in unserem Videoformat, die natürlich völlig kostenlos für jeden sind, der sich dafür interessiert. Und ich glaube, diese Statistik, die ist fast nicht mehr zu toppen. Denn wir haben 15 kostenlose Tipps bisher in diesem Jahr an euch rausgebracht und 13 davon haben getroffen. Das ist eine Trefferquote von 86,7% bei einem Quotenniveau, was sich irgendwo zwischen 1,6 und 2,0 einpendelt. Und ich glaube, dass das eine herausragende Statistik ist. Mein Glückwunsch auf jeden Fall an euch, wenn ihr schon länger dabei seid und hier bei diesen Tipps mitgegangen seid. Dann ist das auf jeden Fall bares Geld wert gewesen. Und wenn ihr neu seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und liked auch dieses Video und dann werdet ihr in Zukunft auch kein Video mehr verpassen und natürlich auch keinen kostenlosen Tipp. Und wie ihr seht, die Trefferquote ist, glaube ich, recht ordentlich. Jetzt gehen wir aber mal in die Premium-Gruppe. Und ich habe am Anfang gesagt, 44,03% Rendite innerhalb der letzten 15,5 Monaten. Wie ist das überhaupt möglich? Die ungeschönte Statistik aus der Gruppe, und das ist ein Screenshot aus unserer Premium-Gruppe, die seht ihr auf der linken Seite. Im Jahre 2022 noch so ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, teilweise auch einzelne Wochen dann mal betrachtet und im Jahre 2023 jetzt nach Monaten dann aufgeschlüsselt. Und ihr könnt sehen, dass wir in allen Bereichen auf lange Sicht guten Gewinn erzielt haben. Und wenn man das summiert, kommt man eben auf diese 44,03 Einheiten. Ich bin ein Freund davon, wirklich ehrlich und transparent mit diesen Statistiken umzugehen, denn ich kann auch anhand dieser Statistiken euch vieles erklären und zum Beispiel auch mal sagen, ja, es gibt dann auch mal zwei Monate, wo wir einfach ins Minus rauschen. Zum Beispiel, wenn man mal den 1.8., 1.9.2023 nimmt, dann sind das insgesamt minus fünf Einheiten, die wir in diesen zwei Monaten erzielt haben. Das ist natürlich nicht schön, auch nicht schön für den Kunden, der dann vielleicht im August dann neu in die Gruppe gekommen ist. Aber auf lange Sicht, das sage ich euch, wird sich die Gruppe immer lohnen. Die Gruppe gibt es schon etliche Jahre und es ist immer positiv ausgegangen. Und ich glaube, 15,5 Monate ist schon ein recht langer Zeitraum, wo man dann auch mal ein Fazit ziehen kann. Und ihr seht, es ist immer ein Auf und Ab, aber am Ende des Tages ist es mir nicht deutlich mehr ein Auf. Und genau das wollen wir natürlich erzielen, weil das ist ja hier ein Business, was wir betreiben. Das ist kein Gambling, kein Sportwetten, wo wir mal sagen, wir wollen innerhalb von einem Tag hier unerende Kohle machen. So funktionieren nämlich Sportwetten nicht auf lange Sicht. Dann werdet ihr immer Verlust machen, wenn ihr diese Denkweise habt. Und interessant ist ja auch zu wissen, dass von allen Sportwettern weltweit eigentlich nur ein oder zwei Prozent es schaffen, konstant über eine lange Zeit hinweg Gewinn zu erzielen. Und unsere Gruppe gehört sicherlich dazu. Was ich auch interessant finde und euch auch noch mal mitgeben möchte auf den Weg, für uns ist Sportwetten ein Business. Das heißt, für uns ist das, als wenn wir Geld irgendwo festlegen und dieses Geld soll für uns arbeiten. Für euch als Kunde arbeitet das Geld quasi automatisch, weil wir ja im Hintergrund arbeiten und die Analysen erstellen, euch die Tipps an die Hand geben, euch das Money Management an die Hand geben. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Betrag, und das habe ich jetzt aktuell bei Google gefunden, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie viele Zinsen man aktuell bekommt, wenn man Festgeld anlegt. Zum Beispiel lege ich Festgeld von 10.000 Euro im Jahr an. Ich habe dann da aktuell einen Prozentsatz von 4,2 Prozent. Und wenn man das dann anlegt, dann erhält man an Zinsen, so wie es hier steht, 201 Euro. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ganz okay. Ich glaube, dass das noch ein ziemlich guter Zinssatz ist. Die waren früher mal noch besser, mittlerweile aber rauscht das ja alles ab. Und wenn ich da unsere Gruppe jetzt gegensehe, mir ist das natürlich auch klar, Sportwetten ist natürlich wie ein harter Aktienkurs, wo es rauf und runter geht. Ja, man muss schon wissen, wo man dann sein Geld anlegt und welcher Gruppe man vertraut. Aber ich denke, dass die Statistik ja auch für sich spricht. Und wenn ich jetzt unsere 44,03 Einheiten Gewinn nehme aus diesen 15,5 Monaten, dann habe ich hier mal an Geldwert bemessen, was das pro Einheit wäre. Das heißt, wenn wir den Schein, also einen Wettschein, dem wir eine Einheit zumessen, dann zum Beispiel mit 25 oder 50 Euro tätigen, dann wäre das der Gewinn, den ihr nach diesen 15,5 Monaten als Reingewinn rausziehen könntet. Ich versuche euch das nochmal klarzumachen mithilfe dieses Files. Also, wenn ihr einen Geldwert habt von 10.000 Euro, den wollt ihr festschreiben. Wenn ihr das jetzt im Bereich Sportwetten macht, dann ist das eure sogenannte Bankroll. 10.000 Euro Bankroll. Das heißt, eine Einheit ist 1% euer Bankroll. Das wären dann 100 Euro. Und wenn ich einen Schein an euch rausgebe, gebe ich auch eine Einheitenempfehlung. Wir gehen da sehr restriktiv vor. Gruppen, wo dann steht, haut mal da 8 Einheiten drauf. Das ist ja krank. Diese Leute haben nichts gelernt. Also, Einheiten auf Scheine geben wir maximal 1 bis 2. 2 schon sehr selten. 1,5 machen wir auch häufig, aber mehr nicht. Das heißt, ihr setzt ungefähr 1 bis 1,5% euer Bankroll pro Schein bei uns. Und wenn ihr das so gemacht hättet, mit allen Scheinen, die wir veröffentlichen, und das sind auch nicht so massig viele in einer Woche, ja, wir lassen euch immer viel Zeit, meistens kommt der Schein schon einen Tag vorher, ihr könnt das alles easy nachspielen. Dann wäre das auf diese Bankroll von 10.000 Euro gerechnet, eben 44% Gewinn nach 15,5 Monaten, einen Geldwert von 4.403 Euro rein gewinnen. Das wird euch keine Bank dieser Welt geben, ja. Das können wir natürlich auch nicht garantieren, wenn ihr jetzt neu einsteigt, aber ich mache das schon seit etlichen Jahren. Ich bin seit 4, 5 Jahren beim Wettschein-Service. Ich treibe Sportwetten seit 7, 8 Jahren professionell. Und es gab noch nie ein Jahr, wo ich nicht mindestens, und ich bin eher der mit der 5.000 Euro Bankroll, das heißt 50 Euro pro Einheit, noch nie auf einen knappen vierstelligen Betrag an Reingewinn gekommen bin, ja. Ihr wisst, ich lege mir das Geld immer weg und mache dann einen schönen Urlaub davon mit meiner Freundin. Aber das sei ja jedem selbst überlassen, was er damit macht. Nur Sportwetten ist als Business zu verstehen. Man sollte dahinter genau wissen, mit Zahlen arbeiten, was passiert, wenn ich das und das tue. Und das ist eben unsere Statistik. Und deswegen haben wir halt so viele zufriedene Kunden. Und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn noch der eine oder andere sich mal unsere Premium-Gruppe anschaut. Wie gesagt, ihr könnt euch das für den ersten Monat rabattiert antun, beziehungsweise in die Gruppe kommen und das Ganze einfach mal austesten. Wie es in dieser Gruppe aussieht, habe ich in den letzten Monaten auch mal Videos gemacht. Das könnt ihr euch dann anschauen. Dann zum nächsten Punkt. Wir haben auch einen Instagram-Kanal. Den haben wir schon seit etlicher Zeit, aber wir versuchen den natürlich jetzt auch zu bewerben. Und es schadet auf jeden Fall nicht, den ganzen Kanal mal zu liken. Denn hin und wieder veröffentlichen wir da interessanten Content. Oder auch mal Scheine aus der Premium-Gruppe. Das kommt jetzt nicht jede Woche vor, aber vielleicht mal einmal im Monat, wo wir einen Originalschein aus der Premium-Gruppe für euch präsentieren, genau sagen, wie ihr den anzuspielen habt. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein Follow da zu lassen. Jetzt gehen wir aber rein in die Analyse für das Rhein-Dörby. Bundesliga-8er Spieltag und Köln steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, hat erst einen Punkt auf der Haben-Seite und hat alle Heimspiele verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Baumgart wird mittlerweile angezählt, galt ja irgendwie immer so ein bisschen als unantastbar in Köln, aber ich habe das auch schon für etlicher Zeit gesagt. Baumgart ist ein Trainer, der hat Erfolg mit seinen Teams, weil er natürlich ein unglaublicher Motivator ist, aber auf lange Sicht für ein Langzeitprojekt. Ja, und wir wissen, im Fußball-Business gibt es so wenig Langzeitprojekte, wo Trainer über etliche Jahre mal bei einem Verein bleiben. Da fällt mir eigentlich Union Berlin ein, da fällt mir Freiburg ein mit Christian Streich, aber es ist auch schwierig, natürlich in der Bundesliga jetzt jahrelang bei einem Verein aktiv zu sein. Nur bei Steffen Baumgart ist es halt irgendwann so, irgendwann nutzt sich diese Art, dieses Rumtigern an der Seitenlinie, irgendwann nutzt sich das ab. Irgendwann müssen halt auch mal Inhalte folgen und wenn du dann keine Lösung findest, dann hast du ein Problem. Und das war bei seiner Vorgängerstation in Paderborn ja auch so unglaublichen Erfolg gehabt, die ersten ein, zwei Jahre und auch dann ging es dann steil bergab. Und ich glaube, dass sich Köln gerade in dieser Phase befindet und dass das auch irgendwann nicht mehr gut ausgehen wird mit Baumgart, das ist so meine Prämisse dahinter beziehungsweise das, was ich denke. Köln hat aktuell total ein Offensivproblem. Man schießt ja überhaupt keine Tore mehr und natürlich ist da nicht nur ein Baumgart in Schuld, sondern auch die Kaderplaner. Man hat den Kader einfach nicht adäquat verstärkt und man ist auch einfach qualitativ im Kader. Wirklich so auf dem Niveau, wo es einfach nur um den Klassenerhalt geht. Also so viel kann man schon mal sagen. Jetzt kommt Gladbach und Gladbach war ja im letzten Jahr schon eine Wundertüte, ist es auch aktuell so ein bisschen. Man hat das letzte Auswärtsspiel in Bochum gewonnen und das ist ganz interessant, diese Statistik. Gladbach hat noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison verloren. Gladbach war ja immer so ein auswärtsschwarres Team, zumindest in der letzten Saison. Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Jetzt sind sie auswärts relativ stabil aufgetreten. Wir haben aber allerdings auch erst den achten Spieltag. Bei Gladbach habe ich so manchmal das Gefühl, es ist irgendwie ein Motivationsproblem in dieser Truppe. Also ich habe mir auch das letzte Heimspiel gegen Mainz angeguckt. Da waren sie auch eigentlich klar Feldüberlegen in der ersten Halbzeit. Und dann gibt es so Phasen im Spiel, wo man einfach alles wegschmeißt. Völlig unemotional, saft- und kraftlos, dann mal 10, 20 Minuten in so einem Spiel bestreitet. Und irgendwie ist es allen egal. Dann hat man sich am Ende ein bisschen aufgerafft und dann immerhin noch einen Unentschieden geholt. Aber auch Gladbach ist natürlich noch keine Mannschaft, die stabilen Fußball spielt. Dennoch glaube ich, in diesem Derby, und das wird jeder Spieler mitbekommen, auch die Neuse in Gladbach, da wirst du auf jeden Fall emotional angegriffen sein. Und du wirst auf jeden Fall deine Leistung auf den Platz bringen wollen. Und dass das aktuell Gladbach, wenn sie denn diesen Flow haben, besser gelingt als Köln, das ist auch ganz klar. Und wenn ich mir jetzt die Quotierung mal anschaue, um mal wieder zum Sportwetten zu switchen, dann sehe ich im Dreiweg hier Quoten. Da glaube ich ja fast gar nicht dran, weil Köln ist bei den Buchmachern das favorisierte Team. Wir haben für Gladbach knappe Dreierquoten auf dem Dreiweg und das ist nicht korrekt. Und deswegen gibt es hier Value in diesem Spiel und deswegen werde ich es euch hier präsentieren. Der erste Schein, Borussia München Gladbach Asian Handicap 0 zu einer echt guten Quote von 2,2. Heißt, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, dann gibt es den vollen Einsatz zurück. Und auch in dieser Partie, ihr kennt das von mir, würde ich auf jeden Fall das Unentschieden absichern. Klar, man kann auch auf den Dreiweg gehen für Gladbach mit einer Dreierquote, aber das ist schon riskant. Das würde ich nicht tun. Das würde ich auch meinen Kunden in der Premium-Gruppe nicht empfehlen. Und der zweite Schein, wenn man auch im Falle eines Unentschiedens dann den vollen Gewinn mitnehmen möchte und auch das geht ganz gut mit dieser 1,662er-Quote, dann setzt man hier auf das Asian Handicap plus 0,5 für Borussia München Gladbach. Also was bei allen Scheinen nicht passieren darf, ist, dass Köln gewinnt. Beim Unentschieden gibt es beim ersten Schein das Geld zurück, beim zweiten wäre auch der Schein gewonnen. Und wenn Gladbach gewinnt, sind natürlich beide Scheine gewonnen. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, mein Top-Spiel an diesem Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr da wieder mitgeht. Denkt an die herausragende Statistik, nicht nur in der Premium-Gruppe, sondern auch in die Statistik bei diesen kostenlosen Tipps hier in diesem Video-Format. Jetzt soll es das gewesen sein für dieses Video. Ich glaube, war sehr viel drin. Mir war nochmal wichtig, euch die Statistik in der Premium-Gruppe auch näher zu bringen und was eigentlich der Gedanke dahinter ist. Dass Sportwetten für uns ein Business ist, dass das wie eine Geldanlage ist und so weiter. Wird ein interessanter Spieltag. Klar, Rhein-Derby mein Favorit am Sonntag, aber es sind auch noch viele andere interessante Spiele dabei. In der Premium-Gruppe wurden schon Scheine veröffentlicht für das kommende Wochenende. Und wenn ihr auch Bock habt, mal reinzugucken in die Premium-Gruppe, dann findet ihr unter diesem Video den Anmelde-Link. Also da würde ich mich auf jeden Fall freuen, das ein oder andere neue Gesicht begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr mal Bock habt auf eine ganz andere Gruppe, wo es um Hidden-Tipps, um versteckte Tipps, um Tipps auf Sportarten oder Ligen, wo sich eigentlich niemand auskennt, wenn ihr da Bock drauf habt, sowas mal anzugehen, dann gibt es eine zweite Gruppe vom Wettschein-Service, die unser Tipps da Alex macht. Und da lohnt es sich natürlich auch mal reinzuschauen. Auch den Anmelde-Link findet ihr unter diesem Video. So, das war es nun wirklich. Bleibt mir noch zu sagen, ein schönes Wochenende euch. Viel Spaß beim Fußballschauen und dann hören wir uns möglichst zeitig wieder. Macht's gut, tschau und tschüss, euer Kai. Danke. Danke. Danke.